Das heißt, da muss Integration ja irgendwie funktionieren, sonst könnte Schule nicht mehr stattfinden. Und jetzt hat man sich Gedanken gemacht an dieser Schule und das Ergebnis ist großartig. Letztes Jahr haben sich drei Sechsteklassen zusammengetan im Rahmen der Schreib- und Lese-Werkstatt und haben Musik gemacht. Das ist ein toller Song. Ich habe bei der Probe, habe ich ihn gehört und es könnte sein, dass Ihnen ein Ohrgub droht. Ich darf es nur jetzt schon. Und es wäre schön, wenn Sie einen sehr lauten, aufbrausenden Applaus jetzt bitte starten könnten. Und dann hören wir mal rein. So ist ein Anhalt, viel Freude, jeder Mensch ist verschieden oder anders. Und ja, das ist gut so. Viel Freude. Jo, Mann! Anders! Anders! Jeder Mensch ist verschieden oder anders. Jeder Mensch ist verschieden oder anders. Jeder Mensch ist verschieden oder anders. Meine Freunde haben einen perfekten Beruf, ob arm oder reich, und das ist doch egal. Wo ist die Freunde bleiben? Egal, ob Schatz, ob weiss. Von der Welt ist auch verschieden, die Gedanken aber gleich. Wissen cool, wissen geil, wissen Schüler, wissen sein, wissen anders, gerne, gleich, stattdessen, kommt die Welt vorbei. Jeder Mensch ist verschieden oder anders. Jeder Mensch ist verschieden oder anders. Und sportlich oder nicht, ein Kerner am Gesicht, dazu zu respektieren ist es Menschenpflicht. Ein Mensch egal, wie groß oder klein, kein Herz mehr reingeschaltet. Irgendwie auch alle gleich, trotzdem aber anders. Menschen mit verschiedenen Sprachen, Willigkeiten und Kultur können trotzdem sich verstehen. Hey! Reden, lachen und auf rein, schreiben oder reden. Jeder Typ, was ihm gefällt und was er für richtig hält. Jeder Mensch ist verschieden oder anders. Jeder Mensch ist verschieden oder anders. Wir sind cool, wir sind geil, wir sind Schüler, wissen sein, wir sind anders, gerne, gleich, stattdessen, kommt die Welt vorbei. Jeder Mensch ist verschieden oder anders. 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 Und kreieren. Karola, wenn ich das gemacht habe, hat euch am Mittag gesetzt und hat mich sehr gefällt. Wie lange habt ihr daran geschafft? Wir haben ungefähr fünf bis sechs Wochen gebracht und jede Stunde, also jede Woche zweimal. Als ihr das fertig hattet und gesungen habt, ich gehe davon aus, euch ist es nicht mehr aus dem Kopf gegangen, oder? Ihr habt das abends auch immer weitergesungen, als ihr im Bett gelegt habt? Also man hat es schon auch immer schon im Kopf noch so gehört und dann Ohrrohr und dann. Großartig. Applaus für die anderen Scherzer-Schöne, meine Damen und Herren. Jetzt, was ist gut? Jeder Mensch in Verschiede. Wo sind wir?